Hey was geht, mein Name ist Momiche 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 Das ist für Optikfans.de Das ist für BBB-Upperkick.de Für mein Homie Archendizer Rückstand, Blockstand und Badriff für die ganze Zeit Wurmel volunteered, mich sagen zu dir Warum das wirklich? Wenn ich nicht ausdenken, sollte ich das offen sein Ist die Zeit für Solution Entertainment Ist das für Marc, mein Herr Steady? Ist die Zeit für die Backspur? Ist die Zeit für mein Mann, DJ Christy? Ist die Zeit für die M.TV? Was geht ab? Wir sind mit Menschen, der bei Proseden auf dem Gelände im Gelände. Das ist für mich jetzt ein spezieller Gruß an die KBB-Brüder. Die Haus-Rassi-Büder in den Prima-Rafen und Hannover-Fettsburg-Untertitel. Das hier geht an die Smell-Talk-Jungs. Das geht raus an meinen Bruder, Fusse-Barsch und gibt euch das neue Album-Mehr-Türer. Er ist diese Mucke. Was geht ab? Mein Name ist Moe und wir sind hier gerade bei einem Videodrehen in Bremen. Glauben wir nicht. Ich bin immer dritt bei Grimey und haben uns mal die Firma angekocht. Nein, ich bin sozusagen der Haupt-Backup, habe jetzt Moe Mitchell abgelöst, der einen sehr sehr guten Job erledigt hat und jetzt einfach so viel als Solokünstler zu tun hat. Nein, das ist doch mein Ding. Ich bin schon mal drin. Vielen Dank für's Zuschauen.